Hallo und Willkommen zurück zu Let's Play Super Mario World The Invisible Coim Dog World Leben Da Safe und zack Nein 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 Ha Oh man, oh man Egal, jetzt gehen wir hier Nein 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 Oh Meine Fresse, wie schlimm ist das? Safe Ab da Wollen wir aufätt' Na ZB Welch Noch Zu Na Von Wir bacon Ich bin nicht gut drauf. Ficken! Nochmal, das hab ich. So, so, jetzt muss man das so machen. Alter! So. Safen, sprengen. Ja, ich bin so gut. Ähm. Ja, wo hat der überall Sachen hinge... Geh, geh! W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w. Und runter? Ja, das geht nicht! Geschafft, man. Ähm. Wie gut... Ah! 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 NAH! Geht doch! NAH! NEIN! So. Ja, okay. Dann ist hier noch was drinnen. Noch eine von anderen. Das ist ja cool. Schleisch! NEEIN! NEEEIN! 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 Übrigens hat er mir gesagt, dass es im letzten Level gar kein Schlüsselloch gab. Das scheiße... Oh, ich sollte mal safen gerne. Oh, man! Oh, man! Ich frage mich, was der sich dabei gedacht hat, als er hier über diese Dünger eingestellt hat. Entweder war er so langweilig und er fand da zu toll. Null! Ähm, nein, ich nehme wieder NULL! So, spreng! Da-da-da-da-da-da-da! Safen wir! Und jetzt nehmen wir noch Sicherheits-Safe ein. Safe! Okay! Ach, dann machen wir wohl mal Safe! Hier, der Fisch jetzt auch! So! 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 ... … Ich weiß jetzt, glaube ich, wie ich es mache... ... ... ... Wieder aufgefangen! Mit Bravour! Ho! Hoho! Hä? Das war eh falsch! Wow! Das benutze ich mal jetzt P-Switch? Das war's nicht! Ähm, ich glaub das muss man ja so machen, ne? ALTER! Ähm! Ähm... So, jetzt müssen wir das mal so versuchen. Das funktioniert aber nicht. Ja, das geht nicht. Ich muss was mal ausprobieren. Pfff, hm. Alter. Das muss doch eigentlich so gehen. Ich hab nen Plan. Pfff, vielleicht muss man das mit dem Großen machen. Pfff, 5, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 3, 4, 1. Pfff, fff, fff, fff. Hm 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 hm. Hm 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 hm. Okay. Und jetzt noch mal. Ja jetzt geht's. Oh nein, jetzt geht's nicht mehr, ne? Oh doch. Aber... Nein. Nochmal. Wo muss man jetzt hier rein? Hä? Aha, ich glaube, ich weiß jetzt, was zu tun ist. Hä? Hä? Was ist das für mich? Hä? Ja 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 Ok Nochmal Ich hab ne Idee Und zwar Will ich jetzt mal versuchen Hm Nein Er ist da Ich will gucken Ja Hat hier irgendjemand ne Idee gerade was ich hier machen muss? Weil ernsthaft ist Lohnt sich jetzt auch nicht weiter zu stehen glaube ich Weil ich einfach nicht weiß was man hier machen soll Das hat wirklich keinen Sinn jetzt gerade Das hat wirklich keinen Sinn jetzt gerade Ja Ey wenn du das siehst ne Guck Oh Das war nicht schön Ja Egal Ich bin einfach mal wieder zu blöd um zu checken Jetzt kommt der IG Fight Und dann sage ich bis zum nächsten Mal bei Super CoinBlock World Tschüss 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 Tschüss